so vergingen wieder mehrere wochen und der prozeß der quetzlinbergischen erbschaft näherte sich seinem entscheidenden termine advokat hechner der bruder des regierungsrates war dabei der bevollmächtigte des jungen herrn schierling des angeblichen erben und nachkommen jenes bestrittenen adoptivsohnes des alten herrn quetzlinberger und dieser hatte seinen anwalt ersucht ihm für die dauer seines aufenthaltes in hellburg einen privatlogis womöglich in der nähe des bestrittenen hauses auszumachen da er das leben im wirtshaus nicht liebe und so viel wie möglich vermeide advokat hechner hatte hierauf seinen bruder der mit dem mutmaßlichen erben des alten hauses überhaupt in freundliche beziehungen zu kommen wünschte dazu vermocht den jungen gast auf einige zeit bei sich einzuquartieren und ihm den aufenthalt indes schon des bruders wegen so angenehm als möglich zu machen der regierungsrat erklärte sich auch dazu in aller unschuld und in dem schlichten glauben bereit daß es bei ihm weiter keine großen umstände machen und sogar eine freundliche abwechslung in sein stilles hauswesen bringen würde außerdem wurde er dann gleich selbst mit dem jungen schierling der überdies weiter reisen gemacht haben sollte näher bekannt und wer wußte ob er dann das nachbarhaus was ja schon seit so langen jahren sein wunsch gewesen nicht doch noch unter billigen bedingungen an sich bringen konnte außer seinen bewohnten stuben hatte er in seiner etage zwei allerliebste und jetzt unbenutzte fremden stübchen und dem augenblicklichen einzug des willkommenen gastes stand also gar nichts im wege darin hatte er sich aber doch geirrt die frau regierungsrätin als ordnungsliebende hausfrau war nämlich keineswegs gewillt den vornehmen und ehrenvollen besuch so ohne weiteres in ihr verwohntes und durch den winter unscheinbar gewordenes haus einziehen zu lassen ohne wenigstens vorher alles zu tun was in ihren kräften stand die wohnung wieder menschlich und anständig herzurichten darunter verstand sie vor allen dingen ein gründliches scheuern und reinmachen des ganzen hauses von der flur unten an bis unter das dach hinauf mit den dazugehörigen frischen gardinen und überbezügen neues bewerfen und malen der küche und treppe wie der hausflur natürlich eingerechnet ja sie gab sogar nicht undeutlich zu verstehen daß das fremden stübchen selber einer neuen tapete so notwendig wie nur irgend etwas bedürfe wie denn ein teppich zu solch kalter unfreundlicher winterzeit jedenfalls hineingelegt werden müsse der regierungsrat erschrak als er die folgen überblickte die sein leichtsinniges versprechen über ihn heraufbeschworen und suchte jetzt wenigstens bei der kalten nebligen witterung das scheuern und reinmachen eben nur auf die beiden betreffenden zimmer zu beschränken in welche ihr junger gast einquartiert werden sollte frauen lassen sich aber bei irgend genügend der entschuldigung selten die gelegenheit entgehen eine stille friedliche familienwohnung zeitweilig unter wasser zu setzen und die frau regierungsrätin machte denn auch keine ausnahme von dieser regel so fest und hartnäckig bestand sie darauf ihr logis endlich einmal in ordnung zu bringen eine drohung die sechs volle tage zur ausführung brauchte daß ihr gatte zuletzt jede weitere einsprache in verzweiflung aufgab ja er räumte seiner frau sogar vollkommen das feld um diesem entsetzlichen zustande selber zu entgehen und setzte sich auf die post einige geschäfte die ihn nach der residenz riefen in dieser zeit abzumachen selbst sein studierzimmer mußte er auf gnade und ungnade übergeben und trotz der verschlossenen bücherschränke wußte er recht gut daß indessen des schlossers krummwärtige dietriche rücksichtslos angewandt werden würden sie zu öffnen jedes im haus befindliche brett wo es sich auch befand mußte gescheuert werden selbst das versiegeln half hiergegen nicht daß er sogar in früheren glücklichen jahren der täuschung einmal versucht die frau regierungsrätin hatte allerdings in einer instinktartigen halb unbewussten scheu das siegel nicht zu verletzen gewagt aber die rücken aus den schränken herausnehmen lassen und die bücher nachher auf die feuchten abgescheuerten bretter sämtlich verkehrt wieder hinauf gestellt wie nun der regierungsrat er war damals noch assessor zurückkehrte und mit selbstzufriedenem blicke das siegel löste bekam er bald den tod vor schrecken als ihm aus seinen schränken heraus in buntem entsetzlichem gemisch die gelben grünen blauen roten und marmorierten schnitte der bände ordentlich unheimlich entgegenstarrten nach solcher erfahrung gab er natürlich jeden verteidigungsversuch vollständig auf es läßt sich denken wie gemütlich es in dem sonst so stillen hause des regierungsrates die woche her ging kein stuhl stand mehr auf seinem alten platz kein tisch kein schrank die fenster waren ausgehoben die türen geöffnet eine unbestimmte anzahl von alten frauen mit einem fatalen seifen geruch zogen ein und aus das ganze gebäude dampfte von heißem wasser und selbst marie die sonst mit allerlei arbeiten gern von der etwas ängstlichen mutter verschont wurde hatte sobald treppen und stuben nur aus dem gröbsten gewaschen waren alle hände voll zu tun bekommen neue gardinen mussten aufgesteckt die überzüge von federkissen und sofapolstern gewechselt werden und hier und da fand das kritische auge der hausfrau doch noch einzelne stellen die von den nachlässigen dienstboten beim reinigen übersehen oder absichtlich flüchtig übergangen waren die leute konnten nun einmal nichts ordentlich machen wenn man ihnen nicht fortwährend und ununterbrochen auf den dienst passte der feuchte dunstige geruch der auf dem hause die letzten tage wie ein ungesunder trüber nebel gelegen hatte sich übrigens durch häufige wachholderbeer räucherungen ziemlich verloren oder war wenigstens lange nicht mehr so auffällig als der jetzt von seiner reise zurückgekehrte regierungsrat hartnäckig behaupten wollte auch die zimmer des erwarteten gastes des jungen herrn schierling standen blank und sauber wie aus der schachtel genommen und waren schon seit zwei tagen tüchtig geheizt worden wer konnte wissen wie verwöhnt der junge herr bei ihnen eintraf und die wohnung sollte er denn doch wenigstens durchwährend finden gegen das bett das wie ein wahrer von schneeweißem linnen überzogener federberg sein erwartete ließ sich außerdem nichts einwenden marie hatte sich die letzte woche besonders wohl und kräftig gefühlt die erzählung des wunderlichen schwiebus war ihr allerdings in den nächsten tagen nicht von der seele gewichen und die bilder die er vor ihrem lebendigen geiste heraufbeschworen die gedanken die seine tolle fantasie wieder in dem herzen des unedies reizbaren mädchens erweckt hatte füllte sie sie mochte sich dagegen sträuben so viel sie wollte wieder auf eine kurze zeit mit all den früheren wie sie glaubte schon längst besiegten und vergessenen schauern das rege leben aber jetzt im hause die viele auf sie einstürmende arbeit ließen ihr keine zeit weiter darüber nach zu grübeln und wenn sie jetzt an jenen abend zurück dachte schüttelte sie nur noch manchmal still vor sich hin lächelnd den kopf dass es menschen gab die in ihrem gehirn solch tolle wunderliche sachen ausbrüten und wie ernsthaft hatte der famulus das alles erzählt gerade als ob er es selber glaube und sie wie ein kleines kind hatte sich davor gefürchtet so standen die sachen als am 28 februar morgens um zehn uhr plötzlich ein fröhliches hell klingendes posthorn sein jubelndes so leben wir so leben wir so leben wir alle tage durch die noch verhältnismäßig stillen straßen der stadt schmetterte der arme postillon blies das vielleicht in schmerzlicher ironie auf sein monotones leben vom bock nieder aber die bewohner von hellburg die rasch an die fenster fuhren nahmen es für bare münze und sahen durch die gefrorenen scheiben wie eine leichte extra postschäse von ein paar flüchtigen rappen gezogen über das etwas holprige pflaster die straße niederrasselte an der wohnung des regierungsrates donnerten sie übrigens vorüber und hielten jetzt unter dem zusammenlaufen einiger straßenjungen wie mehrere alter frauen und junger mädchen dicht vor der tür des alten hauses von dessen stillen und öden fenstern die schmetternden rufenden töne des horns gar wild und unheimlich zurück klangen ein junger mann der einen kleinen lederkoffer in der hand trug sprang zu gleicher zeit mit einem satz aus dem wagen und an die tür deren klopfer er ergriff und ihn fest und mit allen kräften dreimal auf die eingerostete metallplatte niederschlagen ließ hei wie das schalte und dröhnte in den alten verlassenen räumen der fremde aber bog sich zur tür nieder an die er das ohr preßte und schien seltsam erstaunt als er den wunderlichen unheimlichen tönen da drinnen lauschte vor der haustür des regierungsrates hechner war es indessen aber auch lebendig geworden die beiden dienstmädchen die hinunter gesprungen waren das gepäck des erwarteten fremden in empfang zu nehmen standen mit etwas erstaunten gesichtern auf der schwelle und winkten dem ihnen freundlich zunickenden postillon umzukehren und bei ihnen vorzufahren der regierungsrat selber aber in schlafrock und pantoffeln wie er aus seiner parterre liegenden studierstube aufgesprungen drängte sich jetzt zwischen ihnen durch und rief lachend dem jungen fremden zu hieher junger freund hieher wenn ich bitten darf sie sind in der türe irre und dürfen dort lange pochen und klingeln ehe jemand aus dem hause sie hören würde he 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 lachten zur gleichen zeit ein paar teilnehmende straßenjungen der hat am alten hause gepocht dem wird's die nacht gut gehen der junge fremde der sich rasch nach dem ruf umschaute warf nur noch einen blick zu den dicht verhängten öden fenstern hinauf und eilte dann während der postillon ebenfalls umlenkte mit raschen schritten auf den regierungsrat zu der ihm beide hände entgegen streckte und ihn auf das herzlichste begrüßte hieher mein junger freund wiederholte er dabei hier ist das rechte quartier nummer 96 wie sie hier über der tür als bestätigung lesen können nun aber kommen sie rasch hinauf wo sie eine tasse heißen kaffee und die frauen finden hier unten ist überdies eine abominable kälte mein bester herr regierungsrat bitte um gottes willen keine komplimente jetzt da rieke nimm dem herrn einmal den kleinen koffer ab und das andere gepäck stell nur indes hier unten zu mir in die stube der hausmann mag es nachher mit hinauftragen helfen lieber himmel mein bester herr schierling sie müssen ja halb erfroren sein wo sind denn ihre anderen sachen ich habe nichts weiter bei mir bester herr regierungsrat lachte der junge mann hier liebes kind der koffer enthält alles weiter keine koffer keinen reisesack rief der regierungsrat erstaunt denn er hatte für seine drei tage abwesenheit nach der residenz siebenunddreißig pfund überfracht gehabt sie wollen doch nicht heute schon wieder fort sie werden mich noch satt bekommen lächelte der junge mann auf den monat märz richten sie sich nur ein nun denn ihre hutschachtel wenigstens stock regenschirm pelz nichts dergleichen lautete die antwort und die mädchen fingen indessen selbst an miteinander zu kichern der kleine koffer hier ist alles was ich bei mir führe und wenn ich dem schwager da erst ein trinkgeld gegeben denn er hat mich gefahren als ob wir geflogen wären stehe ich ganz zu ihren diensten das war rasch geschehen und der postillon musste auch mit dem geschenk sehr zufrieden sein denn er blies sein schönstes lied als er mit dem leeren wagen nach dem postgebäude hinüber rasselte der junge herr schierling wartete aber indessen auf keine weitere einladung und flog immer drei stufen auf einmal nehmend in raschen sprüngen die treppe hinauf daß ihm der etwas schwerfällige regierungsrat kaum zu folgen vermochte eile mitweile mein junger freund rief er diesem nach wenn sie erst in meine jahre gekommen werden sie wohl auch jede stufe einzeln nehmen wie es der baumeister bei der ersten anlage beabsichtigte nun sehen sie lieber himmel ich bin ganz außer atem jetzt müssen sie doch warten bis ich nachkomme aber sie sind wohl ordentlich durchgefroren und werden sich nach der warmen stube sehnen der junge fremde hatte auf dem treppenabsatz auf dem sich die zugemauerte tür befand auf den regierungsrat gewartet und rief jetzt lachend ich nein ich bin kälte gewohnt und befinde mich nie wohler als im winter in den heißen sommermonaten sehne ich mich fast nach dem hohen norden hinauf na da danke ich sagte der regierungsrat da reisen sie ja mit den schneegänsen aber jetzt sind wir gleich oben so mein lieber herr treten sie hier ein wenn ich bitten darf und seien sie uns herzlich willkommen in unserem hause seinen gast dabei an der hand ergreifend führte er ihn in das wohnzimmer wo ihn die frau regierungsrätin ebenso herzlich und gastfrei empfing aber wo ist marie fragte der regierungsrat sich nach der tochter umsehend sie war doch noch den augenblick im zimmer marie muß das frühstück besorgen entschuldigte sie die mutter der herr schierling ist uns doch etwas schneller gefahren als wir eigentlich geglaubt die wege sind aber freilich jetzt gut und hart gefroren da laufen die pferde rasch darüber hin und die wagen rollen von selber hinter drein und die masse gepäck die der herr schierling mitgebracht hat lachte der regierungsrat der noch immer nicht über den kleinen koffer bekommen konnte mich wunderts nur wie die zwei rappen imstande waren es zu schleppen es ist erstaunlich das sehe ich nicht ein rief seine frau die ihrem gast da glaubte beistehen zu müssen und die ironie für bare münze nahm wenn du reisest nimmst du auch viele sachen mit wenn der mensch seine bequemlichkeit haben will und die will der mensch haben so versteht es sich von selbst aber er hat gar nichts mit lachte der regierungsrat laut heraus nicht viel mehr wenigstens als ich in meinen hut packen könnte ohne mantel nur mit dem leichten dünnen überzieher da saß er im wagen es ist erstaunlich sagte die frau regierungsrätin die hände zusammenschlagend da müssen sie ja halb erfroren sein lieber gott ihre hand war auch so kalt wie eis aber da kommt marie und nun wird auch das frühstück nicht mehr lange auf sich warten lassen meine tochter marie mein bester herr schirling mein fräulein sagte der junge mann mit einer verbindlichen verbeugung es freut mich herzlich sie begrüßen zu können ich muß nur von vornherein bedauern ihnen wie es mir scheint so viel unruhe in ihrer häuslichkeit verursacht zu haben marie wurde blutrot und stammelte einige verlegene worte während ihr blick wie festgebannt auf den zügen des jungen fremden haftete aber ich bitte sie mein lieber herr schirling fiel ihm hier die regierungsrätin ins wort wie können sie nur glauben daß sie uns unruhe gemacht als wenn sie mit zur familie gehörten haben wir es angenommen und die zimmer die sie bewohnen haben schon das ganze jahr fix und fertig gestanden nicht wahr hechner nicht die mindeste unruhe bester herr schirling sagte so gewissermaßen gewaltsam zum zeugen aufgerufen der regierungsrat aber doch nicht ohne einen leisen kaum unterdrückten seufzer denn er mußte unwillkürlich an die gezwungene reise in die residenz denken nicht die mindeste unruhe das geht hier alles so im alten gleise fort und unser einziger wunsch ist nur daß sie sich hier bei uns auch gerade wie zu hause fühlen und nicht die geringsten umstände machen aber jetzt zum frühstück da drinnen sehe ich ist schon alles aufgetragen und da wollen wir ihnen nicht noch länger die nötige erholung vorenthalten der junge herr schirling bot sehr artig der frau regierungsrätin den arm und führte sie während ihr mann selber in seine stube schlüpfte um den schlafrock mit einem anständigen kleidungsstücke zu vertauschen zum frühstückstisch marie aber wankte wie in einem traume zur tür hinaus und in ihr eigenes zimmer welches sie hinter sich abschloß und wo sie auf ihr eigenes kleines sofa sank um erst wieder zur besinnung zu kommen und sich zu fassen der fremde wie die beiden eltern durften um keinen preis erfahren wie sie erschrocken war und was in ihr vorging träumte sie denn oder wachte sie der kopf wirbelte ihr plötzlich und sie wußte nicht was sie davon denken was sie sagen sollte das war ja gundelrebe dieser junge herr schirling gundelrebe so wahr und leibhaftig wie sie ihn je gesehen je mit ihm gesprochen nur um so viele jahre älter denn natürlich mußte er in der zeit aufgeschossen und männlicher geworden sein und kannte er sie denn nicht wieder er hatte eine so höfliche so kalte verbeugung gegen sie gemacht sie bag die stirn in den händen und mußte sich wirklich erst einige minuten sammeln ihre gedanken auf den einen punkt zu bringen und dort zu halten gundelrebe dieselben dunklen augen und brauen dasselbe lange schwarze haar die weiße hautfarbe und selbst wenn die erste überraschung sie nicht getäuscht sogar die schmale blaue narbe an dem linken schlaf aber wo kam er her was wollte er hiermit unter den erben des alten hauses und war vielleicht der alte herr quetzlinberger wie mit fieberfrost überlief es sie jetzt bei den gedanken an jene nacht deren traumbilder wirklich anfingen ins leben zu treten und gewaltsam mußte sie die gedanken in ihr herz zurückbannen daß sie nicht wieder mit erneuter starke um sich griffen marie marie rief es in dem augenblick über den gang herüber es war der mutterstimme und sie durfte sich nicht länger dem gaste der vielleicht mit dem frühstück auf sie wartete entziehen nur die haare strich sie sich glatt und suchte vor dem spiegel so rasch als möglich jede spur der gehabten aufregung zu vertilgen mit diesem ersten sieg über sich selbst kehrte aber auch ruhigere besinnung zurück und sie schalt sich jetzt selbst ein törichtes kind dem ersten eindruck solche macht über sich gegeben zu haben konnte das nicht überhaupt bloß eine flüchtige ähnlichkeit mit ihrer traumgestalt sein oder hatte sie nicht etwa diesen jungen mann als knaben früher irgendwo einmal gesehen und war er ihr dann nicht danach unter dem fremden namen in der wunderlichen umgebung im traume erschienen ende von abschnitt sieben so